Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Die Musik ist ganz schön laut. Ja, zu Eis mit Dale. Heart of Winter. Einverstanden. Ja, wir haben in der letzten Folge das Barbarenlager. Oh, hier sind ziemlich viele Leute auf Spießen, sehe ich gerade. Ist also kein Arenaplatz, ist ein Spießplatz. Und, ja, wir haben das Barbarenlager von den Würmbarbaren gesäubert, nachdem wir den falschen König enttarnt haben als einen Drachen, bösen Drachengeist. So, wir können hier sicherlich mit Yorn noch reden, mit dem habe ich nämlich das letzte Mal noch gesucht. Ich heiße euch unter längst willkommen. Wir haben euch Unrecht getan. Ich bin Yorn, der Schamane vom Stamm des Bären. Verzeiht unser Verhalten. Was wusste dir über Wilft denn? Zur Lebenszeit war Wilft denn mein Freund und Vetter, ein wahrhaft nur blamann. Manchmal störe es uns stolz, aber niemals so wie dieses Ding, das da in unserer Mitte saß. Ich muss frück gewesen sein, zu glauben, er sei mein Verwandter. Er hat viel hinters Licht geführt. Warum hättet ihr ihn durchschauen sollen? Ich bin von seinem Blut. Ich hätte es erkennen müssen. Ich habe auch zuerst Verdacht geschimpft, aber ich war so stolz, unser ganzes Volk versammelt zu sehen. Alle für dieselbe Sache. Wir waren endlich vereint. Ich war vom Stolz geblendet. Wer findet ihr eines Tages einen anderen Grund zur Vereinigung? Ich würde mich glücklicher machen. Im Augenblick kann ich nur hoffen, dass Utgar und Tempos meinen Schlaf mit Träumen und großartiger Zukunft füllen. Habt ihr gesehen, wohin Wilft denn geflohen ist? Was auch immer in diesem Körper steckt, ist es nicht Wilft denn. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Vielleicht habt ihr mal von den anderen gesehen, wohin der Feigling geflüchtet ist. Könnt ihr mir eure Heilkräfte zur Verfügung stellen? Also ja, wir könnten uns bei ihm heilen lassen. Wir können aber auch zurück nach Einsamwald gehen erst einmal. Und uns da heilen. So, dann sind wir nämlich wenigstens schon mal raus aus der Barbananlage und der Lautmusik. Vor allem, weil ich jetzt am überlegen bin, ob ich den Trail of the Lure Master, also das zweite Add-on, was ich nicht kenne, was es entweder nur in der Enhanced Edition gibt oder halt niemals in meinem UL Repertoire war damals, als ich das Originalspiel hatte. Und immer noch habe übrigens. Die Box ist gut verstaut in meinem Spieleregal. Ja. Gut, gucken wir mal. Erstmal rasten. Eine Unterkunft für die Nacht, bitte. So. Und ich weiß nicht mehr ganz richtig... Genau. Seid gegrüßt, Fremde. Mein Name ist Waaglan. Ich bin ein kleiner Schreiber und gelehrt aus der Stadt Luskan. Ich bin gerade in eurem schönen Stadt angekommen und habe etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Auskünfte geben, die mir bei meiner Aufgabe helfen. Was für Auskünfte sind das denn, die ihr braucht? Ich bin auf der Suche nach einem alten Kollegen. Ich hörte, er hätte sich hier in der Gegend niedergelassen. Da dachte ich mir, ich schaue einfach mal bei ihm vorbei und überrasche ihn ein bisschen. Über alte Zeithalten plaudern und so. Ihr wisst schon. Wer ist dieser Kollege, den ihr sucht? Sein Name ist Alakander. Ich würde mich allerdings nicht wundern, wenn er inzwischen seinen Namen geändert hat. Er war noch nie sehr beständig. Wenn er euch schon einmal begegnet ist, würdet ihr euch zumindest an ihn erinnern. Er ist recht dünn, hat dunkles Haar und ist so Ende 40. Er ist auch ein recht guter Zauberer. Ein Zauberer sagt dir, auf Kira, den Wirt vom Pfeifenden Galgen, würde die Beschreibung passen. Vielleicht ist er derjenige, den ihr sucht. Ja, wir könnten Kiran jetzt verraten, aber wir haben ihm eigentlich versprochen, dass wir den Mund halten. Und als Paladin ist man so ehrenhaft. Ich wüsste keinen Zauberer hier in Alsanwald. Ihr müsst euch in der Stadt irren. Und da... Ja. Alfeos, sie lügen. Anscheinend fehlt ihnen die richtige Motivation, die Wahrheit zu sagen. Wenn ich vielleicht einen von ihnen umbringe, das würde ich nötig sein, Alfeos. Ihre Eimpturrei bestätigt ja nur meinen Verdacht, dass Alakander hier in der Gegend ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir herausfinden, wo er sich versteckt hält. Na gut, weil er euch heute so besonders großzügig machte ich euch einen Vorschlag. Ihr sagt uns, wo genau wir unseren Freund finden. Und in dem Gegenzug verspreche ich, dass wir niemandem hier in der Stadt etwas zufügen werden. Was hattet ihr davon? Tut mir leid, da kann ich euch nicht helfen. Wenn ihr uns jetzt entschuldigen würdet, wir haben selbst einiges zu tun. Da würde ich ja auch eher einen Pack mit einem Schlutzscheus allein gehen. Jetzt würde ich euch und Eure Lerkein vorschlagen, die Stadt zu verlassen. Oder muss ich euch erst diesen Stab so weit in eure Gewand schieben, dass ihr noch wochenlang Feuerbälle ustet? Na gut, da ihr ihn ja wahrscheinlich sowieso finden werdet, kann ich euch ja sagen. Ich denke, der Mann, die hier sucht, ist Kira, die wird vom pfeifenden Galgen. Nein, tun wir mal so weiter unschuldig. So, Efs, warum müssen sie immer so schwierig sein? Schwierig passt mir gut. Bringen wir sie jetzt um? Na gut, dann macht er was schnell. Alkander kann nicht weit sein. Je früher wir ihn finden, desto eher können wir sein verräterisches Herz herausreißen. und es zurück zum Heerturm bringen. Also ja, die Jungs sind aus Lustkern. Und es sind viele. Äh, und wir schauen uns verwirrt an. Oh, 6 gegen 6, okay. Söldner Krieger, Söldner Krieger. Wie kann ich helfen? Ich werde... Kann ich helfen? Also erst einmal... ...den Magier angreifen. Also den in der Schutzblase. Äh... ...eine Hass zaubern. Ist etwas nicht in Ordnung? Du machst eine Verteidigungskoordination. So, und dann auch noch gleich einmal... ...gerechten Zorn hinterher. Gut. Achso, du bist festgehalten. Dann, äh... ...du mal Hände auflegen. Also... ...irgendwie ist das nicht so gut. Äh... ...Autosave. Gut, dass wir den Autosave haben. So... ...ir wüsste keinen Zauberer in Einsamheit. Nehmen wir doch mal jetzt einfach... ...das hier mit dem Höllenstuhl-Täuber. Warum müssen sie so schwierig sein? Schwierig passbegut, bringen wir sie jetzt um? Ja. Okay. Kann ich helfen? Äh... Feuerball... Äh, nein, Hass. Entschuldigung. Okay. Ah, was- ...das da... ...angriff... ... Ah, du müsstest frische Luft können, oder? War das das? Nein, das war Handlungsfreiheit. Oder konntest du den Bereich der frischen Luft? Nee, das war ein guter Umfang von Bankkeit. So, dann verhauen wir jetzt sie. Dann können wir ihn verhauen. Ja, er ist erstmal durch seine... Durch seine... ...Glase geschützt. So. Und jetzt mal Sicherheit selber... Oh, ich hab die Verteidigungskoordination vergessen. So, dann können wir mal einsacken gehen. Weil die meisten haben besondere Sachen bei sich getragen. Hier sind übrigens ein paar Tränken noch. Ach stimmt ja, die haben wir... ...bem letzten Mal so eingesackt. Und ja, das Lustige ist, die Remo-Hartz-Panzer, die können wir für nichts benutzen. Dafür müssten wir nämlich ins Hauptspiel zurückkehren. Was wir ja nicht mehr können. Das heißt, eigentlich können wir sie irgendwo mal dann dazwischen lagern. So, dann geben wir dir mal alles zum Identifizieren. Kriegshammer plus zwei. Der kann verkauft werden. Oka-Kraft-Handschuhe. Äh, ja. Trage ich Handschuhe? Ja, ich trage Handschuhe. Allerdings kann ich die anziehen. Und die da... ...weitergeben. Schattierte Plattenrüstung. Und ein Feldharnisch, der nicht identifiziert werden kann. Feldharnisch plus eins. Okay. Einfach mal zu ihr schieben. Das Ding kann niemand tragen, hä? Hm. Achso, nee, das ist die schattierte Plattenrüstung. Hat aber gegen Geschosse noch was. Der hat nichts. Ja. Und ist leichter. Und ja, so ein Feldharnisch haben wir hier ja noch. Dann haben wir hier einen Ring. Den würde ich identifizieren können. Zwei beschlagene Lederwämsel. Streifachst. Stiefel der List. Hm. Sie trägt Stiefel. Was für Stiefel sind das? Ach, die Bewegungsrate und die Rüstungsklasse. Trägt überhaupt jemand noch keine Stiefel? Wer kann diesen Gegenstand denn verwenden? Kann ich verwenden werden? Von Badekleriker, Druidekler... Ach, also kann das Ding verkauft werden. Schattenrüstung. Okay. Das ist nur ein Plus zweier Lederwämsel. Der kann weg. Schutzring plus zwei. Kann natürlich keiner tragen. Klingel der Heimtücke. Okay. Das ist ein besseres Schwert als das hier. Aber... Ach nee, ist nur ein Kurzschlitter der Handlung. Das können wir auch verkaufen. Okay. Die beiden Sachen... Wobei die... Die verkaufen, die packen wir weg zu unserer Sammlung. Das können wir auch wiederholen. 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 Vielen Dank.